Joyeux 50er Geburtstag für das Falsch. Wir gratulieren dem deutsch-französischen Jugendwerk zum 50. Geburtstag. Danke. Für ein Zuhause in beiden Ländern. Für die vielen tollen Erfahrungen, die ich mit dem Voltaire-Programm sammeln konnte und die meine Zukunft bis heute geprägt haben. D'être ein Motör für l'Union Europäenne. Ich werde mir die Chance geben, als Ambasateur der Amitié franco-allemande, überall wo ich gehe in Europa. Für meine erste große Liebe und vier Jahre Fernbeziehung. Für die neuen deutsch-französischen Jugendbegegnung, die ich begleiten darf. Für die vielen coolen Aktionen, zum Beispiel für den deutsch-französischen Ministerrat in Paris. Ich werde mir ein Jahr als Volontär in einer Schule in Allemagne. Für die bellen Rennkontren. Ein unvergessliches Jahr in Marseille mit vielen neuen Erfahrungen, neuen Freundschaften und unzähligen Momenten, die mich mein Leben lang begleiten werden. Für das Programm Brigitte Sosé, die mir nicht nur eine Correspondent, sondern auch eine Freundin seit 10 Jahren. Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch! ascular Musik Norm Interesse Beide ля